Hallo, ich grüße Sie alle ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute gibt es bei mir einen leckeren Apfelkuchen mit Streusel drauf. Alles was wir dazu brauchen sind folgende Zutaten. Also zuerst mal Zucker, circa 150 Gramm, 100 Gramm Milliliter Butter flüssig, 250 Gramm Körniger Frischkäse, ich nehme immer bei Rewe, circa 220 Gramm Mehl plus minus, 100 Milliliter Milch, 1 Teelöffel Backpulver und 3 Eier. Dazu brauchen wir noch 3 Äpfel, circa 700 Gramm und Saft einer Zitrone. Dann brauchen wir noch Streusel, dazu brauchen wir circa 30 Gramm Mehl, 30 Gramm Zucker und 30 Gramm Butter, weich. Was ich noch sagen wollte, wir hatten bei dem Video Tonprobleme, deswegen werde ich das jetzt alles nachsprechen. Entschuldigung, wenn es sich ein bisschen anders anhört. Also ich nehme jetzt den König Käse, die Butter, dann kommt Salz, dann kommen die Eier, der Zucker kommt jetzt auch rein, ich werde das alles schön glatt rühren, mit dem Mixer einfach, damit es eine schöne glatte Masse daraus wird. So, ich habe jetzt alles schön zu einem glatten Teig verrührt, jetzt kommt die Milch dazu und alles schön verrührt nochmal. Backpulver kommt zu dem Mehl, vermische ich das und werde ich einen glatten Teig daraus herstellen. So, ich habe jetzt alle Zutaten vermischt und der Teig gefällt mir noch nie so richtig, deswegen werde ich noch ein, zwei Löffel Mehl dazu tun, weil der Teig muss ein bisschen so schwerer von dem Löffel fallen. Jetzt vermische ich das nochmal und ich denke, das reicht jetzt. Ja, genau so muss er aussehen, er sollte ein bisschen schwerer von dem Löffel fallen. Das ist jetzt gut. Also jetzt werden wir die Äpfel vorbereiten, ich werde sie erstmal schön schälen. Dann schneide ich sie in Scheiben, ihr könnt auch in Würfel schneiden, dazu eine Zitrone, eine saftene Zitrone, alles schön vermischen, wer möchte, kann auch Zim dazu tun, das werde ich jetzt alles in den Teig tun, alles schön, richtig schön vermischen, damit der Teig mit Äpfeln sich schön gut vermischt. So, ich werde jetzt den Teig auf eine Backform verteilen, schön. Ich mache dazu auch direkt die Streusel, also der Zucker kommt zu der Butter, Mehl kommt auch danach und alles schön vermischen und einfach daraus Streusel machen. Ich denke, jeder weiß, wie das geht, ist ja ganz einfach. So, ich werde die Streusel jetzt einfach verteilen auf den Kuchen, wer möchte, kann auch ein bisschen mehr machen, Streusel, wer zum Beispiel ein bisschen üppig das haben will. Jetzt kommt das in den Ofen, bei 180 Grad, oben und unterhitzen, für ca. 40 Minuten. So, ich habe jetzt meinen Kuchen rausgeholt, da war bei mir genau 40 Minuten, schaut aber selber, jeder Ofen ist ja anders. Der ist jetzt noch viel zu warm, ich lasse ihn jetzt erstmal abkühlen, aber ich werde trotzdem jetzt ein Stück raus schneiden, einfach um zu zeigen, wie er von innen aussieht. Das ist jetzt noch viel zu warm, da muss noch richtig abkühlen, aber durch ist er, ich probiere mal jetzt mal ein kleines Stückchen. Das ist mein Gut. Da-für- Erica Neu-Just. Das ist mein Gut. Armäckchen Neu-Synie-ReinLand Armäckchen Neu-Syni- DOMinski-Perkgifchen